na dann schauen wir doch mal dass wir hatten keine rationen mehr zum schlafen wir hätten noch ein paar heiltränke und da bald wahrscheinlich der patch kommt für neue heiltränke kaufen können kann ich ruhig 12 trinken so bist du teleporter du bist nur deko oder ein ausgang für später es gibt ja wohl doch mehr als drei etagen lag dezent falsch moment mal da geht es nicht durch richtig die tür doch geht wir wollen nicht runter gehören hoch du trink mal du trink mal du gehst zurück du bist hoffentlich normaler typ und nichts besonderes müssen kensche ok aber wir hätten auch nicht um ihn umgehen können schade eigentlich gerade jetzt würde ich doch ganz gerne ein zwei gegen überspringen können und den können die ruhig später fliegen und von dem endbezieren umgebracht werden jedenfalls waren das ja seine worte jeder nager der versucht zu fliehen wird von mir geschützt werden das heißt er ist stark genug um nagers umzubringen aber uns helfen kann natürlich nicht so tot gib mir einen weg nach oben du bist eine gemeine druckplatte wenn ich darauf trete dann kommen hier gleich wieder zwei drei vier elite gegner bringen mich um aber ich glaube das müssen wir machen damit der teleporter aktiviert wird ich würde jetzt ganz gerne einen stein da hinten schmeißen so ein alter grimm rock dungeon master ich war und was es alles gab man hier also können wir nicht mit der umgebung interagieren na gut wie gesagt wir haben gerade abgespeichert ich guck mal auch sehr schön das sind nur die korallenpriesterinnen bis zwei elite aber das wird dir auch nicht helfen du bist bloß eine priesterin du kannst nichts auch ja das zustand veränderung du bist gelehnt da hatten wir doch hier ein zauber für sogar ziemlich viele zauber für den da kannst du nicht anwenden ja das macht sinn du wend mal das hier an ich sage nichts mehr gegen korallenpriesterin diesen ganz ganz stark macht jetzt echt jede runde ein von uns kaputt ne nicht jeder ok also du ich habe talana ausgewählt und bei talana im inventar und ich mache jetzt wasser fließt frei und wähle jetzt okum aus und beide haben ihre runden verloren sehr komisch du solltest ein halter trinken keine lähmung ist ja schön maler trank und wenn meine theorie stimmt dann müsste das ding da hinten jetzt blau leuchten tadaaa bin ich gut oder bin ich gut also jetzt bitte keinen boss oder so stimmt mist ich wurde sogar von dem boss gewarnt aber das ist doch ein paar folgen her gewesen im questlog sogar ich habe mich drüber markiert dass es gesagt wird weil ich dadurch voraussehen kann gegen wen ich kämpfe und was weiß ich jetzt hat er mich doch überrascht aber gut ein paar sachen die mir auffallen da ist eine bodenplatte da ist eine bodenplatte da ist eine bodenplatte und da ist eine bodenplatte außerdem haben die schwerter hier beim knauf eins zwei drei und vier ringe was auch immer das bedeuten mag da hinten ist eine plakette wo bestimmt draufsteht was bedeutet was hast du zu sagen mehr opfer füllen abwracka ihr werdet ins meer zurückkehren abenteurer glaubt ihr könnt erfolgreich sein wo sogar hamato der mörder meiner mutter versagt hat das war wohl der npc unten round one fight so wir werden jetzt nicht auf eine druckplatte treten können oder doch aber wenn wir schräg gehen können wir auf die hier rauftreten jetzt können wir ich weiß nur nicht was das macht mit den druckplatten und jetzt kann ich nach hinten warum konnte ich vorhin schräg auf die platte da gehen na gut jetzt ist äh spielzeit vorbei du haun du haun du kuste mal weg hier kann ich nicht wegpusten ähm 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 die buff was zur hölle sind jetzt beide aktiv ja also er hat eine attacke mit der er uns wegschubst was ganz praktisch ist dadurch werden wir irgendwie aus dem kampf geschmissen obwohl er deaktiviert ok den da ja macht sinn 1 2 3 4 äh 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 da so 1 du stehst da nicht gut komm hier hin du bist schlau das ist nicht gut gehen wir mal zurück was macht er dann dann geht er auf uns zu so jetzt geh äh du trinken Mana Trank du trinken Mana Trank du trinken Heiltrank du trinken Heiltrank wow ok was wir sind ich glaube wir wurden gerade vom Turm geschmissen weil wir haben die Platte mit dem Teleporter vor uns gesehen und deswegen sind wir instant tot äh äh ja Auto speichern dann aber so haben wir jetzt wenigstens einmal den Todesbildschirm gesehen ist ja auch interessant und so ähm wir werden also jetzt nicht in den Teleporter springen sondern wir werden fei obwohl warte mal wir sind eben nur gestorben weil okay ich lasse mir den Druckplatz noch nicht wusste Pssssss Mana Lebenspunkte Lebenspunkte so Schriftrollen wie lange halten die denn? 3 Runden lang äh Geheimnis entdecken ne Luft abwenden 3 Runden lang Widerstand gegen Luft 3 Runden lang ich geh mal hier rauf dann trinkst du jetzt den du trinkst auch einen dann buffen wir uns mal und hoffen dass wir einigermaßen Zeit haben Schattenumhang ihr verweckt die Gruppe im Schatten wodurch euch der nächste Angriff eines Feines in dieser Runde verfehlt in dieser Runde okay ist nur eine Runde äh Luftabwehr 6 Runden weg dein schlafenes Gruppenmitglied auf ne Widerstand gegen Dunkelmagie wird 3 Runden lang ne ok ähm rein und jetzt machen wir das ganze richtig so fight wir wollen da hin wir wollen da hin wir wollen da hin wir wollen da hin da hin dann da hinten hin sehr gut er folgt uns ok da hin da hin da hin jetzt haben wir ein Problem aber wir könnten versuchen ihn ne wir können ihn nicht wegschubsen das haben wir schon mal probiert ähm ok so geht auf ihn zu jetzt schubst er uns weg nö er haut uns noch wir können nicht weggehen so Zeit um wenig Schaden zu machen erstmal ein Debuff dann haust du zu kriegst du zu kriegst du zu kriegst du zu kriegst du Schaden ähm versuchst du trotzdem nochmal hin wegzuschubsen das war komisch das war komisch ok ähm eins ne eins zwei drei vier dunkel dadurch haben wir jetzt nur Licht angemacht wollte mich veräppeln den schaffen wir nicht ähm psst wie viele Felder haben wir hinter uns zwei könnte uns doch wieder one hitten oder? weiß ja nicht so abgewehrt sehr schön was hast du da alles? krachsüchtig ältere zusätzlichen Angriff für jeden ausgewichenen und abgewehrten Angriff ok erbarmungslos steigert den Schaden des nächsten Angriff um 20% bis man in der Runde wenn dann ein Schaden äh ein Schlag ausführt der nicht abgewehrt wird mhm Gegenwehr ist halt wir schlagen ihn erschlägt uns Boss Immun gegen Gedanken und Körpermanipulation sowie Gift kräuseln verbaggt Rempeln verbaggt also Rempel wird das Wegschubsen sein Rundumschlag Nachkampf Angriff werden gegen alle Gruppenmitglieder ausgeführt und unser Debuff ja mhm Abgewehrt Frauen Mauern Hauern ich hab ein echt schlechtes Gefühl hierzu Hohohohohoho mhm so schießt 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 du brauchst man dran die lebenspunkte ja du schießt so jetzt müssen wir weg die ja sonst schubs sonst gleich runter ich muss kurz lesen nein können ich glaube ich gehe mal zum teleporter hier weg nur für die notwahl so du feuerwein er ist schon auf fast 50 prozent ja die bogenschütze müssen definitiv gebufft werden weil gerade im fernkampf macht sie nicht viel mehr schaden als irgendein anderer so jetzt würde ich eigentlich ganz gerne weg laufen bin noch ein feld hinter uns aber du trinkst mal dran haus drauf du willst dich haben kriegte nur schaden du kannst du nicht schubsen das ist komisch okay jetzt haben wir schön viele fälle in uns vorher wollen so ziemlich das beste was bei ihm schaden macht wir bräuchten eigentlich nur vier feuer magier aber ja du brauchst einen heiltrank wenn du den nächsten schlag überlebst direkt brauchen einen heiltrank damit er später das ganze rumreißt du brauchst erstmal keinen was haben wir hier noch schatten umhang einmal ihr verbergt die gruppe im schatten wodurch euch der nächste angewandte feinders in dieser runde verfehlt okay ausführen so weit so gut feuer war ja schießen schießen und du machst jetzt noch mal diesen schatten umhangen